Mein Name ist Judith Kliedmann, ich komme aus Cottbus. Ich bin praktisch als erstes durch das Haareschneiden darauf aufmerksam geworden, weil ich einfach diese Philosophie toll finde. Und über die Qualität Haarschnitt sind wir halt auch an die Produkte gekommen. Wir haben immer was gesucht, was die Haare als Haar, als natürlich belässt, dass die halt natürlichen Glanz haben, dass die natürlich fallen, dass die nicht irgendwie belastet, beschwert sind von irgendwelchen zusätzlichen Zeug, was eigentlich gar nicht rein muss in die Produkte. Und so sind wir dann auf OLS gekommen und arbeiten seit vier Jahren erfolgreich damit. Wenn man einen tollen Haarschnitt machen möchte und die Kundin aber ein total schweres, belastetes Haar hat durch irgendwelche Produkte, die natürlich nicht optimal sind fürs Haar, kommt man ganz schnell darauf, dass es auch besser gehen kann und das geht mit OLS. Es ist einfach so, da ist nichts drin, was das Haar eben beschwert oder was es nicht braucht. Es macht das Haar freier, leichter, schöner und unterstützt das einfach noch. Und wenn eben eine Kundin ein Produkt hat, was nicht das Haar so leicht sein lässt, wie der Haar schon eigentlich wirken könnte, dann habe ich auch nicht die optimale Wirkung. Das ergänzt sich halt.